Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute PowerShell an. PowerShell ist eine Skriptsprache von Microsoft, die eben ein paar Module schon integriert hat, um Windows besser zu verwalten, konfigurieren. Kurz gesagt, es ist ein sehr mächtiges Tool für Windows und auch im Sicherheitsbereich wird es sehr häufig verwendet. Deswegen zeige ich euch das Ganze auf meinem Channel. Und wir schauen uns an, wie wir ein Programm programmieren und natürlich davor die Basics für Anfänger, sodass du leicht Fuß fassen kannst, wenn du neu bist. Aber ich will dir natürlich auch was Nützliches an die Hand geben. Und deswegen zeige ich dir auch, wie wir ein sinnvolles Programm schreiben, was zum Beispiel unter anderem deine IP-Adresse auslesen kann, deine Prozesse anzeigen kann und noch zwei andere Sachen. Wenn dich das Thema interessiert und du was dazulernen willst, dann wünsche ich dir mega viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich. Okay, dann beginnen wir gleich mal. Um PowerShell perfekt zu benutzen, müssen wir erstmal einige Einstellungen machen. Besser gesagt nur eine. Ich zeige dir jetzt, wie wir PowerShell öffnen. Dafür gehe ich unten auf Windows Start, dann PowerShell eingeben. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal ISE, das ist der Editor, da können wir drin programmieren. Oder über die Konsole öffnen, da können wir einfach direkt Befehle eingeben, wie bei Terminal oder Konsole halt von Windows, wie wir das schon können. Wichtig ist hier immer als Administrator ausführen, sonst kann es passieren, dass einige Sachen eben nicht funktionieren, die im Video gezeigt werden. Leider kann man das, wenn das als Admin ausgeführt ist, nicht größer machen. Ich hoffe, man sieht es trotzdem. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ein Befehl eingeben, Set Execution Policy. Der ist dafür da eben, damit wir die Ausführrechte erlangen, sonst können wir Dateien nur anschauen und nicht bearbeiten. Also PowerShell Dateien, wie die hier zum Beispiel hier oben. Dafür würde ich euch empfehlen, Remote Signed. Das ist jetzt die beste Einstellung meiner Meinung nach. Und hier einmal Enter. Dieser Befehl kommt in die Beschreibung, könnt ihr es einfach rauskopieren. Und dann einmal mit J oder Y bestätigen. Gut, dann haben wir hier die Einstellungen gemacht. Und ich kann euch jetzt ein Programm zeigen, mit dem ihr ein paar Sachen machen könnt in der IT-Sicherheit. Und an dem Programm erkläre ich euch auch noch, wie Schleifen funktionieren, wie die einzelnen Befehle sind, um Text auszugeben, Text einzulesen. Aber das seht ihr jetzt gleich alles. Genau, dann machen wir das hier mal wieder zu, dann minimieren es. Vielleicht brauchen wir es später nochmal. Und öffnen jetzt den Editor. Windows PowerShell, ISE eingeben. Man sieht es ja. Und dann hier an der Seite auf dem Pfeil. Also da habe ich jetzt schon draufgeklickt. Hier ist ein kleiner Pfeil. Und hier unten. Ach, ist das nervig. Hier. Bei als Administrator ausführen klicken. Dann wieder Rechte geben. Und schon komme ich auch wieder ins Bild. Genau. Dann, brauche ich meine Tastatur. Haben wir hier die Konsole, also dieses Programmierfenster. Ich erkläre kurz, was hier zu sehen ist. Hier eben das Textfeld. Da unten haben wir dann die Ausgabe. System 32, weil wir es als Admin gestartet haben. Und hier an der Seite haben wir Befehle. Da können wir zum Beispiel IP-Adresse eingeben. Und dann sehen wir hier ein paar Befehle. Und können uns die Teile dazu anzeigen lassen. Und auch ausführen. Genau. Das ist sehr praktisch, wie ich finde. Somit kann man leichter programmieren. Weil keiner kann sich alle Befehle merken. Und hier kann man gut nachschauen. Auf jeden Fall. Habe ich ja für euch schon was vorbereitet. Und das zeige ich euch jetzt. Hier auf Chit-Tab. Help-Tool. Und das habe ich für euch programmiert. Kommt natürlich auch in die Beschreibung hier. Einfach dann mein Programm hier rauskopieren. Rechte Maustaste kopieren. Und hier einfügen. Das ist der schnellste Weg. Und dann drücken wir STRG S oder hier auf die Diskette, um zu speichern. Und wir speichern es auf dem Desktop als Help-Tool 2. Ich habe das schon mal getestet. Deswegen gibt es das schon. Genau, dann haben wir das auch. Und wir können das Programm jetzt erstmal uns einmal anschauen. Und dafür einfach rechtsklick PowerShell ausführen. Aber hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass es keine Admin-Rechte hat. Sehen wir gleich 5 hier angeforderte Registerzugriffes zulässig. Das heißt, wir haben nicht genug Rechte. Deswegen wieder unser altes Fenster verwenden. Und hier einfach C User Uber. Bei euch ist das natürlich anders. Das ist jetzt mein Benutzername Desktop. Und Help-Tool eingeben. Help-Tool 2. Und schon haben wir es als Admin ausgeführt. Und können jetzt hier, ja, zum Beispiel die Security-Logs anzeigen. Das sind jetzt ein Haufen. Aber ja, wir sehen, es hat funktioniert. Und vorher hat es eben nicht funktioniert. Genau, das ist das ganze Programm. Das kann zum Beispiel Prozesse anzeigen. Hier sehen wir jetzt alle Prozesse, die laufen. Dann können wir die IP-Konfigurationen ansehen. Welche IP-Adressen wir haben. Welche Netzwerk-Adapter und so weiter. Und was haben wir noch? Ja genau, was auch sehr cool ist, was man häufig braucht. Zum Beispiel für Forensik, wenn man irgendwelche Analysen machen muss. Wann sich wer eingeloggt hat. Dann ist das ganze relativ nützlich. Ist das ganze relativ nützlich, um jetzt hier eben die Logs-Ins anzuzeigen. Und da das relativ viele sind, viele Log-Dateien, habe ich das so programmiert, dass diese Log-Dateien unter C gespeichert werden. Hier unten unter Log-Ins. Und wir sehen jetzt hier genau, wann der PC gelaufen ist. Und wann er eben heruntergefahren wurde. Zum Beispiel, wenn hier eine zeitliche Lücke ist, dann wissen wir, der PC war nicht an. Und man sieht hier auch immer angemeldet oder abgemeldet. Genau, daraus kann man eben einige Sachen später schließen. Und ja, ist relativ nützlich in der IT-Sicherheit. Genau, jetzt schauen wir uns den Code an, weil ich wollte euch ja zeigen, wie wir hier das ganze programmieren. Wie ihr das lernt. Und zwar gebe ich euch gleich mal den Tipp, wenn ihr nicht weiterkommt, googeln. Das macht jeder Programmierer so, auch wenn es viele nicht zugeben wollen. Aber wenn man eben irgendeinen Befehl nicht weiß, dann googelt man halt einfach. So habe ich das zum Teil auch gemacht. Ein paar Befehle kennt man mit der Zeit. Aber ja. Ja, ich wollte jetzt hier keine Bildschirmgröße machen. Was ist jetzt hier los? Wollte ich nicht. Genau. STRG plus könnt ihr das ganze vergrößern, wenn es euch zu klein ist. Aber das sind ja jetzt so Basics. Dafür musste man jetzt nicht großartig was googeln. Aber als Anfänger muss man doch sehr häufig nachschauen. Gibt es einfach PowerShell ein. Wie programmiere ich eine Schleife? Wie mache ich eine if-Abfrage? Wie lese ich die Prozesse aus? Das habe ich zum Beispiel gegoogelt. Get process. Das ist jetzt zwar nicht so der schwerste Befehl. Aber ja, man merkt sich eben die Befehle halt auch nicht alles. Vor allem, wenn man verschiedene Programmiersprachen kann oder Skriptsprachen kann, dann ist das eh immer alles anders. Genau, wir machen das hier mal zu, die Hilfe. Dann haben wir mehr Platz. Okay, gehen wir das Programm mal durch. Also, ich habe jetzt hier einfach eine while-Schleife programmiert, die dauerhaft true ist. Das heißt, dieses Programm läuft die ganze Zeit im Kreis, bis man es eben unterbricht. Hier die erste Klammer bis zur letzten Klammer. Genau, weil wir wollen ja häufiger irgendwas auswählen. Manchmal brauchen wir erst die Prozesse und dann die IP-Adresse. Und wenn die Schleife eben nicht vorhanden wäre, dann wird es eben nur eins anzeigen. Und man könnte danach kein zweites mehr auswählen, außer man startet das Programm neu, was relativ unpraktisch ist. Genau, dann haben wir hier eine Eingabe-Variable. Und hier wird eben unsere Eingabe gespeichert. Das macht man mit read host. Und dann machen wir hier ein Prompt. Ein Prompt ist einfach eine Ausgabe. Bitte Zahl eingeben. Das haben wir jetzt hier oben auch gesehen. Ich starte es nochmal kurz. Hier bitte Zahl eingeben. Das ist das Ganze. Und hier schreibt er eben diese Zahl, die wir eingeben, in die Eingabe-Variable. Variablen werden mit Dollarzeichen gekennzeichnet. Dann fragen wir ganz einfach die Variable-Eingabe ab. Und minus EQ ist für istgleich. So, wenn ihr Programmiererfahrung habt, EQ steht für equal. Und bei C wird es mit einem Doppel istgleich gemacht. Also bei der Programmiersprache C. Dann schaut ihr eben nach, ob es 1 ist. Das Ganze in Apostroph. Und wenn es 1 ist, dann wird dieser Befehl ausgeführt. Diesen Befehl haben wir ganz am Anfang gemacht, um eben uns, ja, die Execution Policy richtig einzustellen. Also die Ausführrichtlinien. Genau. Das könnt ihr auch über mein Programm machen. Das habe ich einfach mal einprogrammiert. Dann ist es für euch eventuell leichter. Einfach die 1 drücken. Konsole muss oder PowerShell muss als Admin ausgeführt sein. Dann könnt ihr euch den ersten Schritt des Videos sparen. Aber ich habe ihn trotzdem mal gezeigt. Dann lernt er ein bisschen mehr. Genau. Dann können wir dasselbe, wenn wir hier 2 eingeben, habe ich hier Prozesse programmiert. Also das ist nur die Ausgabe. Und hier wird es dann immer ausgeführt. Bei Nummer 2 wird der Profil getProzess ausgeführt. Sehen wir jetzt hier, hier werden alle Prozesse eben angezeigt. Sehr cool, wie ich finde. Und dasselbe eben hier mit Nummer 3. Da werden dann die IP-Adressen ausgeführt. GetNetIPConfiguration. Also da sieht man die IP-Adressen. Und bei 4 ist es schon etwas komplizierter. Hier kriegen wir GetEventLog. Das wurde dann spezialisiert auf Security, weil es gibt ja auch ApplicationLogs, EventLogs und so weiter. Uns interessiert hier nur der SecurityLog. Ab einem bestimmten Datum und hier nur bestimmte Instanzen. Genau. Das Ganze wird eben in eine Datei geschrieben. In Logins. Genau. Das Ganze hier zum Schluss wird mit einem Outfile-Befehl. Outfile heißt immer, schreibt es raus in eine Datei. Boah, was springt das hier jetzt immer so rüber? In den CLogin.txt gespeichert. Das könnt ihr euch einfach umschreiben, wo ihr die Datei halt gern hinwollt. Dann wird das da gespeichert. Und das Ganze haben wir hier auch nochmal für Security Newest. Da haben wir einfach die neuesten 1000 Events. Die werden einfach nur angezeigt und nicht in der Datei gespeichert, weil ich euch das auch mal zeigen wollte. Hier haben wir dann eben nur die Ausgabe. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier 5 drücken, wird das hier alles nur ausgegeben. Und wenn wir das in der Datei haben wollen, müssen wir halt auch wieder Outfile und dann die File Pass und dann halt den Pfad. Genau. Dann haben wir hier noch 6. Das könnt ihr noch selber euch programmieren. Da müsst ihr hier oben halt, könnt ihr halt auch 6. Hinschreiben, was ihr wollt. Mit Write Host. Das ist halt der Befehl, um irgendwas anzuzeigen in der Konsole. Und da könnt ihr euch halt selber noch was einfallen lassen. Und ansonsten kommt die Else-Klammer oder die Else. Ja, der Else-Befehl halt. Und wenn die Zahl nicht zwischen 1 und 6 ist, dann gibt ihr, dann sagt er, also wenn die Zahl halt nicht in dem Bereich ist, oder wenn kein Else-If zutrifft, dann geht er in Else rein und sagt, es ist keine Zahl zwischen 1 und 6. Und ja, bringt euch halt den Fehler in Rot. Können wir auch gerne nochmal testen. Geben wir 8 ein. Hier die eingegebene Zahl ist zwischen 1 und 4. Also das muss ich halt noch anpassen. Das stimmt nicht ganz. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, für solche Zwecke ist PowerShell ganz gut. Man kann ziemlich viel automatisieren und Logs auslesen, eben halt um Windows besser zu bedienen zu können, um die Logs besser auszulesen zu können und viele andere Sachen. Also es ist echt mächtig, dieses ganze Programm. Man kann sich da sehr tief einarbeiten und richtig viel rausholen. Habe ich jetzt noch nicht so gemacht, aber ich wollte euch das trotzdem mal vorstellen. Vielleicht interessiert es euch. Und ja, ihr habt jetzt schon mal ein Anfangsgrundgerüst für ein Programm, das ihr gerne erweitern könnt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du Fragen hast oder dich mit der Community austauschen will, komm in unseren Discord. Hier gibt es gute Programmierer, die dir gerne helfen. Und ja, wenn dich das ganze Thema IT-Sicherheit interessiert, schau dich auf meinem Channel um. Ich blende jetzt hier nochmal ein interessantes Video für dich ein. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher und bis zum nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Mal.